Die Mannschaft ist etwas angeschlagen. Das Käpt'n Stinner gestern war wieder ein rauschendes Fest. Es wurde auch Alkohol getrunken. Die Temperaturen sind jetzt bis auf minus 12 Grad abgesackt. Die Mannschaft muss sogar unter Deck in schwerem Ölzeug. Die Mannschaft wird in schwerem Ölzeug. Wobei sie sich auch an der Samann jetzt oder Ingenieffelterが erstaunt. Aber da ist der Gebruck von Fenders verpflichtet. Das ist auf jeden Fall ratsam. Eine neu entwickelte Spülmethode, die die Kassowolle sauber macht. Die Kassowolle, die die Kassowolle sauber macht.